Die Option hätte ich wieder 20.000 Euro, und es gibt 3.000 Euro, und dann zu Scheffeln, man wer will das denn durch? Natürlich, aber ich mag jetzt euch. Wer hat ja alles zugesehen, das ist ja... Der macht so viel Geld, der jetzt. Das Geile ist, sollte warum auch immer auf einer von Twitch gewandt werden. Der geht zu blauen Einflag, hey, ich muss CS spielen. Also Luftbasis, ein Team. Luftbasis, ein Team, und... Der geht einfach zu glatt, ne, und sagt, ich spiele jetzt über eure XS. Hier, kickt mal diese ganzen Lobobs. Wir sollten uns erst auf Luftbasis konzentrieren, aber es kann sein, dass wir gepusht werden von... von Schädelstädten, also aufpassen. Die müssen das auch mal verbessern, mit dem, wenn man tot ist, und ausgenockt ist, dass man Türen und sowas blocken kann. Das ist voll eklig. Ich muss sagen, ich finde es eigentlich relativ geil, dass wenn du genockt bist und ein gutes Knockdown schildt hast, dass du einen Gegner so ein bisschen blocken kannst. Ne, du kannst auch Türen öffnen, als du ein Tod bist. Das ist halt ultra hart, fuck. Das muss man. Ich habe auch noch einen Helm. Vor allem, ich war im Game das 5 Tage raus. Sollen wir jetzt eine Luftbasis? Ja, ich spiele auch erst zwei. Ja, ich spiele auch erst zwei oder vier. Ich spiele auch erst seit ein paar Tagen draußen. Ich sehe. Ich habe mir jetzt tatsächlich am ersten Abend gleich runtergeladen. Ja, ich habe schon 160. Oder 180 sogar. Da brauchst du mehr. Du brauchst mehr. Mehr ist immer gut. Vor allem bei... Ich habe nur einen kleinen Rucksack. Ich spiele eigentlich, dass wir zur Luftbasis... Wir sollten eigentlich zur Luftbasis. Da müssen solche unnötigen Dinge wie Medikits oder Schildzellen rausfliegen. Das ist doch eindeutig. Ich bin noch ganz viel Muni und eine R307. Die nehme ich. Was? R301? R307 gibt es nicht. Ich habe die Dinge hingelegt, Timmy. Ne. Devotion mit Muni. Devotion? Was ist eine Devotion? Das ist die... ...LMG. Die Energie-LMG. Ach nee. Die ist ultra stark eigentlich. Ja, die ist scheiße. Mit dem Ding, dass sie nicht mehr den Auflader-Scheiß hat. Den Turbolader. Ja, ist so nice, denke ich mal. Ja, hat jemand einen Turbolader? Ne. Der ist immer ein goldenes Ding, der Turbolader. Das lasst mal letzt Richtung... ...basis gehen. Letzt Richtung Schiff. Ich habe nur eine R99 dabei. Ohne Extended Mag. Ohne irgendwas. Hier liegt noch eine Spitfire. Oh, her damit. Her damit. Speedfire. Ja. Die ist nice. So, wir zum Schiff. Da werden locker die Leute hingerannt sein. Die bei der Luftbasis waren. Und bei der Schädelstadt war auch ein Team. So, wir zum Schiff. Gut, man ja. Ich habe drei Scopes und... Nein, hier ist nix. Hier unten sind noch... ...diese... ...riesenbonbons. Vor allem hat man die immer die heißen. Oh, Fönix-Kit. Nehmen wir mit. Nachhaltig. Ne, das war ich nicht mehr, warte. Hopp, da hinten geht's ab. Ach, Alter, mit meinem Visier sehe ich es nie im Leben, was er entloses. Ich auch nicht. Können wir hier drauf gehen? Ich kann das zu bleiben. Boah, ist ja eine Zone. Das ist einer gestorben, warte mal, lass mal da hin. Ich geb's da nen Scope. Nichts. Klar. Da ist ein Bunker rein, oder? Da ist ein Portal, sollen wir das benutzen? Ja, zacken. Wo sind die Eingang vom Portal? Oh, Alter. Oben. Lass zurück. Wir haben bessere Posi. Gegner. Die gehen auch in den Bunker, warte. Lass mal die anderen miteinander fighten. Nicht schießen, lass die mal reinlaufen. Jupp. Lass die mal noch ein bisschen fighten, lass die noch ein bisschen fighten. Nicht piken, nicht piken. Aber ich glaube wir sind zu weit weg, ey. Von hier treffe ich nicht, ich hab keinen Scope. Wir gehen auch gleich drauf, ich warte nur ein bisschen. Warte nur, bis welche genockt werden. Einer hat ne DMR Longbow. Ich hab nichts zum Scopen, deswegen lass zurück. Dogi, du gehst nicht vor. Ey, die sind doch schon längst beim Bunker Eingang, oder? Lass mal ein bisschen vor. Die Schlüsse sind immer weiter weg. Ja, die sind auf jeden Fall gerade... So weit können wir aber nicht mehr weg sein, hier hat gerade einer nachgeladen. Wir müssen eine Granate nicht umbringen, nicht umbringen. So. Ich muss nie dafür verschwenden. Er ist links. Einer ist genockt. Scheiße, ich brauch Hilfe. Ich hab den letzten. Ja? Ich muss mich kurz verziehen, ich muss schalten. Ne, John, da ist er noch einer. Dabei hab ich genockt. Noch einer, noch einer hier. Der letzte ist hier. Halt sein Kuppel. Halt sein Kuppel. Nach 8 Sekunden bin ich soweit wieder. Kurz. Ich bin nocked. Komm. Ich bin nocked, hört mal. Ja. Wollen wir einfach zur Zone jetzt? Ey, wir warten hier in den Gängen auf die. Ich hab eine Drohne hier hingelegt. Ich hab zwei genockt. Hab sie umgebracht, oder was? Ich hab einen gekillt. Ich hab einen gefinisht. Ja, den hier, den ich ja auch genockt hab. Da sind zwei. Ja, ich hab zwei. Ich hab zwei gebraucht, was? Das ist so gut, ich weiß nicht, dass ich vorgehebe. Ja, ich habe noch einen Rauchwerfer gemacht. Äh? Wer kommt? Nein. Komm her. Nicht pushen. Diese Granaten, da kann man ja noch perfekte Granaten reinwerfen, diese Lücke. Ich habe hier, äh, Leben. Wir kommen her, hier ist meine Drohne. Heilig. Können hier bleiben eigentlich, es leben noch zu viele Scots. Ja, die Krabber. Wie viel grüne Munition hast du jetzt? Ich habe. Schwere Muni habe ich 290. Kann ich ein bisschen haben. Ja. Hier. Da oben sind Smogs. Gegner. Close. Die fighten da auch schon. Wollen wir uns einfach hier chillen, oder? Nö, nö, nö. Ja, lass mal wenigstens rein. Ey, ich gehe mal hier in die Hülle. Ja, ich soll Gott sagen. Ich gehe mal hier kurz in die Hülle. Gucken wir mal. Die werden vom Berg oben abgeschossen. Ja, lass die Häuser rein. Die müssen die Häuser rein. 40. Jawohl. Ah, hier vorne sind zum. Noch von diesen Care Packages. Ich gehe mal kurz da. Gucken. Ach, komm schon. Schade, schade. Gegner. Hab zwei genug, kommt mal hier rein ins Haus. Ins Haus? Ach, scheiße. Wir sind ganz woanders. Geile tot. Alle drei tot hier im Haus. Dieses Emki ist so geil, Mann. Komm mal rein ins Haus. Ey, wir sind ganz woanders. Wir brauchen noch ein bisschen. Ich hab grad drei Kills. Ich hab grad drei Kills. Ähm. Ja, ich auch. Ja, es ist Tim Tüelty voll. Kann ich mir zum zweite Waffe nehmen? Ich bin die 90. Oh nein. Äh, die Longboar wollte ich nicht. Ja, das soll einfach hier bleiben, oder? Haus ist doch besser. Sonst helfen die hier. Wir machen die Granaten Spam. Ey, du musst noch deinen Schild heilen, ne? Timmy? Oh ja. Danke. Mach mal drei Phönix. Ich hab drei Phönix Kits. Will jemand eins? Ich hab drei Phönix Kitsch. Ja, alles muss ich nehmen. Haha. Jetzt darf ich noch los. Sie will zueinander. Oh, ne. So, Scheiß. Komm mal her Timmy. Ja, ich hab... Chill, chill. Chill doch mal. Da fighten 2 teams wieder Da ist ein Team Andere Team Unknown Hat minus 70 gegeben Einer close unter uns Einer blotthound Die sind unter uns im Wasser Einer zumindest Und ein Team ist hier Da sind zwei Lass dich miteinander fighten Der hat die Krabber Ja die beiden haben ordentlich gefressen Die sind alle zwei noch unten Sollen wir auch runter? Wo kommen denn die anderen Schüsse? Die waren hier unten im Wasser Ja die waren alle unten Ja wir bleiben erst mal oben Nicht runter gehen Oh ich bin runtergerutschen Ja ok ich bin aber auf dem Podest Passt Die sind auch in der Pro noch in der Hütte da oder? Leise 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 Du musst die Steps hören Ja ja da unten ist auf jeden Fall einer Ich bin runtergefallen Alter Das ist unser Ganzen Nein Nein Das ist safe Was? Nö Der ist von hinten hoch Wie hab ich die geholt? Der ist eurem Team Ja nach ca eine viertel Stunde Ein bisschen weniger Also mit viel Tau das geile mit lifeline ist der red zone bleiben mit der drohne die ist halt schneller im aufladen das leben von der 60k leitung die sich hier mit einer notwendig aber sie war bis ende 2018 jedem haus nachdem was ich erreicht das ist natürlich nicht mehr notwendig ist 50.000 kb oder 50 wenn wir in ihrem bremsschub sind nach oben pushen dann fliegst du noch mal hoch das kann schon 23 mal wiederholen so 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 Schießt du auf Timmy? Timmy, bei dir ist der Closen Gegner, aufpassen Was? Bei dir ist in der Nähe Closen Gegner, Räume zu uns Gieß, der Scout ist so eklig, Mann So, wir können eigentlich langsam vor, Richtung Schädestadt oder Richtung Luftbasis Ja, designtechnisch ist hier wirklich gut gebaut Da ist ein Gegner Leute, da ist ein Gegner, komm mal her Lass die mal fighten Oh ja, der Ich kann nicht sagen, wie viel hier ist es Einer hier nach unten bei mir Letzter ist bei mir, letzter ist bei mir hier irgendwo Na, ok, ja Sprengt links Ich habe ihn Ohne Flatline Ich kann euch Leben geben, gell? Ihr müsst mich eigentlich nicht Ok, gut Ich habe jetzt eine R301 und eine Devotion Ja, die R301 ist halt extrem stark Wenn die mal richtig durchballert Und du genug Muni hast Ich habe die Energie Muni, ich brauche Die Devotion Die wird immer schneller, je mehr du schießt Ja, 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 ich hatte die schon Die ersten, cool, also, ja Ich finde die so eine Minigart im Prinzip Ja, ja, das ist voll heftig Da waren gerade zwei vor mich Und die habe ich aber weggepratzt Die R301 ist besser, glaube ich Also die R301 ist die ganz schnelle Die R301 Ja, der ist ja auch ein stumm Die R301 ist ein stummiger, Tim Ja, aber die ist langsamer Das ist ja auch ein MP, Tim Hier vergleichst du gerade Äpfel mit Birnen Im MP und ein Sturmgewehr Das sind zwar unterschiedliche Dinge No shit, Sherlock Ja, ja Klingt komisch Ist aber so Hier kommen wir hoch Keine Ahnung Ich habe es schon mal geschafft Mich an solchen Dingern hochzubacken Irgendwie Wart mal Ja, hier Ich würde mich gerade hier hoch machen Guck mal, hier Aber dann geht der Jump Ah, okay, hier Ich habe es auch immer in Skyrim gemacht Das ist eigentlich unter die nice Posi, gell Kannst auch schnell abhauen Weil du hier die Mauer hast Direkt Wenn du angeschossen wirst Kannst du direkt hier runter Da kann man easy hoch Gut, haben wir was neues gelernt Auch gut Map knowledge Map knowledge Na, warum will er den oberen Sprung nochmal machen Hallo? Du musst die Waffe wegmachen Waffe wegmachen Hab ich Hab ich Hab ich weg Ja, aber Hier, wo ich bin Siehste? Hier einfach so hoch Oder was Ach, du musst gedrückt halten LOL Ich muss gedrückt halten Dann klettert er so hoch Ja LOL Hab ich gar nicht gewusst Hä, warte mal Wenn du gedrückt Hellschneider Die Maus links und rechts Shake Dann Dann pinkt er sich ja immer Die Dinger John? I don't know Wie beim Strafe Jumpen Die ganze Zeit Die Maus rechts links Ich halt jetzt gerade noch Ausschau nach Bewegung Irgendwo Irgendwo Osten wird geschossen Wenn du Energie Muni findest Sag Bescheid Oder erweitert das Magazin Ich soll dran denken Meine Ulti irgendwann zu rufen Vergess ich immer Naja, hier ist nix Also auch mal gucken Wo die Jungs dahinter sind Nein, nein, nein Es lebt noch einen Lass die erstmal fighten Lass die erstmal fighten Miteinander Hier ist ne Peacemaker, gell? Die macht One Shot Ich bin da kein Fan von dem Ding, ey Ich hasse Shotguns Oh, ich wohne Shotgun Es gibt nur eine einzige Shotgun Die erlaubt ist Christi, du weißt welcher Die XM1014 Richtig Die XM Sonst gibt's keine Shotguns Solange die nur zwei noch nicht fighten Lohnt es sich nicht reinzugehen Sonst kommen wir nur in Zweikampf Weil dann das andere dritte Team Auch mit reinpushen wird Ja, ich muss ja echt sagen Ich hab erst gedacht Jo, das Game Das wird voll der Crap Ja, nochmal Battle Royale Ein Squad nur noch Let's go Aber echt Respekt Was die da Zusammengebastelt haben Also mal fliegen? Nee Warum? Ja, weil sie dann uns direkt sehen Und in der Luft abschießen können Dann haben wir direkt einen Nachteil Wenn wir ein paar Hits kriegen Care Package gehen Ich würde meine G7 Scout weglegen Wenn da was drin ist Scornish Ah, natürlich werfe ich die falsche Waffe weg Ja, ich seh' ihn Zwei Teams Zwei Teams Also ein Team oben noch Also ein Gegner Nicht pushen Nicht pushen Ich will aufschießen Halt Halt Ich will aufschießen Kommt mal Sucht euch mal Cover erstmal Ich will aufschießen Mate Mate Hey In der Gasfolge Ja, ja, dahinter auf jeden Fall Der Gegner hat da gespottet Ja, ja, hier Was ist das für eine Waffe, die ich hier habe? Einen genockertet Aufpassen, dass von hinten keiner kommt Granate aufpassen Einer ist hier bei mir Was ist das für eine Waffe, die ich hier habe? Was ist das für eine Waffe, die ich hier habe? Was ist das für eine Waffe? Sollen wir direkt anfangen zu streamen oder wenns so weitergeht? Ja schade dass ich keinen Stream anhab Vierfach Killstreak Direkt direkt hier 4er Winstreak Jaja